Es ist von dem Augenblick, dass es losgeht. Ich sag's lieber, wir fahren los. Oder möchtet noch jemand? Oh, komm, wir gehen. Schließen die Bügel, es geht los. Vorsicht am Highway, ab zu fährlich. Wir starten. Ready to fly. Du spürst. Ein herzliches Willkommen und ab geht die Party. Doch, das liebe ich immer. Wenn's dann endlich losgeht, dann ruft irgendein Zicke wieder an Bord. Nein! Ihr wolltet doch hier mit. Nein, es geht nicht los. Sehr sicher. Wenn du ins Kino gehst, fängt auch jemand der Film an. Ist doch normal. Nennt sie so kümmern. Mama! Hat jemand Angst? Hallo, ihr solltet Angst haben. Nicht vor den 85 Metern. Nein, vor mir. Vor dem dicken Turnband hier. Ich hab keine Ahnung von Technik. Aber jetzt ist es spät. Jetzt ist los. Ready, steady und up, gimme losi. Herzlich willkommen. Wir kommen in 40 Meter. 40 Meter hoch über Gütersloooooooon. Früher gab's so schöne Schuhe in Gütersloon. Hat sich wieder alles geändert. Achtung, fertig. Einmal um die Welt. Achtung, dann genießt es mal. Jetzt ist es so weit. Ready, steady. Jetzt geht ganz nach oben. 85 Meter. Achtung, fertig. Ganz nach oben. Achtung, fertig. Ach, entschuldigt bitte, ich dose, ich bin aus Versehen, bin ich wieder an den falschen Knopf gekommen. Das war, ja, ich hatte heute noch kein Alkohol, Entschuldigung, ach doch, das, meine Lieben, waren 40 Meter, das waren 40 Meter, für Überraschung aller müssen wir noch malen, ja sicher, ihr müsst noch malen, weil 40 Meter wäre ja beschiss am Kunden, weil der Turm 85 Meter hoch ist, fahren wir jetzt 130 Meter nach oben, was soll der Reiz, alles raus für das Geld, 20% auf alles, außer Tiernahrung, jetzt geht's los, ready, steady und achilusi, dann machen wir euch ordentlich Dank und schon gucken, jetzt geht's los, ready, steady, macarina, der Antwort Der Maten Entonces Aji 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 ajih Mhm Hör mal, die Dinger werden immer bekloppt, immer schlimmer. Wenn dann unser Liesbäck allen noch erlebt hätte und die Tänze im Kader rumblehnt, dann hinterher sich, es wird ja immer schlimmer, immer schlimmer. Na, ey, sag das ja auch, was passiert, ja? Du kennst uns, ich denke, das war kein Kader. Aber könnt ihr mal bitte aufhören, jetzt mal wirklich, jetzt mal wirklich. Spaß beiseite, ja? Ich mach ja jede Scherze mit, ne? Aber könnt ihr mal bitte aufhören, da unten mit den Beinen zu baumeln? Macht der ganze Turmbacken schon wieder? Hör mal, ich muss mich ja auch ein bisschen konzentrieren. So einfach ist das nicht. Da sind nicht drei Wunschklöppel, die ich in den Rücken muss. Nein, ist nur einer. Und den, den hab ich schon gerückt. Eine herzliches Dankeschön an euch. Nach vorne geht's raus. Ich danke euch. Macht es gut. Nach vorne geht's los. Wer noch laufen kann, begibt sich wieder zu den Hausgegeln. Du darfst noch mal, sie darfst. Ja, sie scha. Ja, sie scha.